Ja klar, wenn man eine schwedische Frau hat, dann hat man auch engere Beziehungen nach Schweden als wer anders. Wir haben auch eine Wohnung in Schweden, die ganz in der Nähe von der Halle ist, wo die Swedish Open gespielt werden. Jennys Familie, Bruder, mit dem ich ja auch sehr gut befreundet bin, die kommen alle nach Heimstad, kommen allerdings erst am Freitag am finalen Wochenende. Deswegen hoffe ich, dass wir dann auch gut dabei sind, um uns zu unterstützen. Es ist natürlich immer schön, auch Familie vor Ort zu haben und Freunde, die einen unterstützen. Das gibt sicherlich auch mir und dem ganzen Team auch Auftrieb. Wie ist dein Schwedisch? Ja, meine Frau sagt, es ist dir nicht wichtig genug, es gut zu lernen. Sonst ist es ja eigentlich keine schwierige Sprache und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe geben würde, dann könnte man das auch in absehbarer Zeit erlernen. Aber es ist, ich könnte mich schon durchschlagen, aber es ist zu wenig nach acht Jahren Beziehung. Da muss ich mir selbst auf den Klips treten, ja.